ja herzlich willkommen bei easy mathematics und einem neuen video das thema ist heute soll darum gehen was mathematik ja eigentlich ist und so ein bisschen die frage klären wie man mit diesem fach klar kommt also besonders in der schule wie man da besser wird auch was man da vielleicht achten kann darum soll es ein bisschen gehen natürlich kann ich da nicht in voller bandbreite daran gehen sondern nur so einen einklick geben natürlich sonst würde so ein video mehrere tage oder wochen gehen deswegen soll es ein kleiner leitfaden sein bis hin zur orientierung dann vielleicht ein bisschen verstehen was es im fach eigentlich geht und vor allem was das vor allem ist ja dazu gehen wir folgendermaßen vor wir schauen erst mal was mathematik ist um das bisschen zu verstehen schauen wir uns andere wissenschaften an und dann die mathematik und dann klären wir so ein bisschen wieso sich mathematiker mit schnutzschlag beschäftigen dann wenn wir sehen was es eigentlich geht und dann will ich so ein bisschen die frage klären wie ich besser werden kann was das eigentlich bedeutet dazu schauen wir dann auch ein paar beispiele an sogenannte richtige fragen zu stellen und ja gegen ende gibt es dann noch ein beispiel noch dass ich kurz eingehen werde und das wird dann auch ein eigenständiges video ja soweit alles klar gut wir legen los ja was mathematik schaut man sich mal so andere wissenschaften an ich habe mir mal so ein paar rausgepickt ja zum beispiel die biologie wenn man jemanden fragen würde das ist biologie wenn man antworten wissenschaft der belegten natur in der physik ist es die wissenschaft der naturgesetze in der chemie geht so um stoffe eigenschaften und so weiter in der informatik da geht es um die systematische verarbeitung von informationen philosophie ist da geht es um den sinn des lebens und die stellung des menschen in der welt und sowas ja und mathematik was ist mathematik ist die wissenschaft von zahlen oder ist es die wissenschaft von buchstaben salat nein es ist folgendes ja das wort mathematik das kommt aus dem griechischen und heißt sowas wie die kunst des lernens bzw nachdenken und man könnte die mathematik praktisch als wissenschaft der muster strukturen zusammenhänge beschreiben ja es geht also um muster erkennung und zusammenhänge das ist die mathematik ja und wieso beschäftigen sich mathematiker mit so ja scheinbaren schnittschnack ja beispiele denn die haus von nikolaus da ist die muster 2 rational dann die sogenannten millennium probleme da kannst du in der video beschreibung reingehen die türme von hanoi was soll das ganze und ja das haus von nikolaus damit fängt praktisch so die grafen theorie an auch ein motivierendes beispiel ist das sogenannte königsberger brücken probleme das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört die türme von hanoi die kennst du vielleicht auch und ich habe schon hingeschrieben es gibt in der tat mathematiker die haben mithilfe der türme von hanoi ihren doktortitel bekommen jetzt natürlich fragen ja das ist ja voll geil bin ich ja auch bekommen wieso vergibt man da eine doktor arbeit es gibt praktisch mehr drum ein stapelproblem zu analysieren ja man denkt da vielleicht jetzt an so ein schiffshafen mit einem container und die müssen natürlich umgestapelt werden auf züge auf andere schiffe auf fahrzeuge das muss man natürlich organisieren so dass das effizient abläuft ja das ist praktisch wieso man eine doktor arbeit gibt und dann geht es natürlich darum unter welchen voraussetzungen gelingt mir das optimal und so weiter und so fort das heißt ich kann da schon bevor ich praktisch das umstapeln beginne dann vielleicht sogar schon feststellen wie muss ich mein schiff am besten schon mal geladen und solche sachen ja dann natürlich auch die primzahlen das ist ja auch so ein schnickschnack aber wie gesagt ist die isbn bei wie schauen die barcodes qr codes passwörter aus dem internet das hat alles mit primzahlen zu tun die heute gar nicht mehr weg zu denken sind ja das kann man natürlich immer noch fragen sind diese probleme wichtig es geht eigentlich gar nicht um ob sie wichtig sind das eine vielleicht ja man kann es hier sagen wir hatten von neu starbe probleme sehe ich ein hat muss irgendwie wichtig es geht aber eigentlich gar nicht darum ob sie wichtig sind weil das problem ist ob sie wichtig werden für andere wird oft erst später ersichtlich rein mathematisch sind die probleme einfach nur interessant und ja mathematiker haben einfach lust zu knobeln probleme zu lösen wieso funktioniert etwas wieso funktioniert das nicht woran liegt es und so weiter das ist einfach rein mathematisch interessant und die beweise die man nach denen man dann sucht wie liefern womöglich oder in öffnen völlig neue türen die irgendwie unbekannt sind man kann zum beispiel das sind ja unendlich viele primzahlen ja man kann das natürlich klassisch beweisen wie es erklärt gemacht hatten wie man das gegenteil annimmt und dann sagt okay das kann nicht sein dass es nur endlich viele gibt es muss endlich viele geben und wenn man da mal nach anderen beweisen sucht es ist interessant dass man diese tatsache auch beweisen kann mit mit gebieten der mathematik die eigentlich mit prinzahlen gar nichts zu tun haben ja in der anderen antwort das wort schon mal gehört topologie die topologie beschäftigt sich praktisch mit den strukturen von ja man sagt räumen also topos heißt raum und logos ist lehre also die lehre des raumes und es hat mit prinzern erstmal überhaupt nichts zu tun aber man kann auch hier einen zugang finden und mit topologischen argumenten nachweisen dass es endlich viele primzahlen gibt und das ist einfach nur ziemlich abgefahren weil man so dann praktisch die möglichkeit hat die zahlentheorie mit der topologie in irgendeiner weise zu verbinden und so ist es auch zum beispiel bei dem haus von nikolaus also die grafen theorie hat auch was mit dem themen von haineut zu tun so eine doktor arbeit ist meist eine grafentheoretische doktor arbeit ja und wer das pascal dreieck kennt ihr könnt ja mal auf die wikipedia artikel von türme von der neu gehen es gibt auch einen sehr schönen zusammenhang zu dem pascal dreieck und das ist halt einfach nur interessant weil man das natürlich auf den ersten blick gar nicht erwarten würde was hat das pascal dreieck da geht es irgendwie um binomial koeffizienten also um abzählbar und abzählbarkeit was hat das mit den türmen von haineut zu tun und so weiter das sind halt einfach nur interessante fragen weil und das ist eben ganz entscheidend wenn ich über das pascal dreieck viel weiß dann gelingt es mir vielleicht etwas über die türme von haineut auszusagen von dem ich noch nichts gewusst habe weil es mir nicht gelungen ist das so zu fassen oder auch wenn ich viel über die türme von haineut weiß vielleicht klingt mir dann etwas unbekanntes über das haus von nikolaus herauszufinden also das ist warum man interesse hat solche zusammenhänge herzustellen ja und das ist eben genau was es in der mathematik geht strukturen zusammenhängen wie gesagt die probleme sind nicht wichtig mathematisch gesehen ist es einfach nur interessant und ob sie dann wichtig werden es kommt dann darauf an was man daraus ziehen welchen nutzen erkennt man da ja da kommt dann fleck die wirtschaft im spiel und solche sachen und was geht es in der mathematik ja in der schule ist es ja meistens so man bekommt so ein schema 11 rezepte dann werden irgendwelche regeln angewendet und gesagt es ist halt so und es macht natürlich schwer sich mit matematik auseinanderzusetzen weil man eigentlich verstehen sollte wieso das funktioniert weil wenn man es nicht versteht dann muss ich es ja da hat es ja verstanden das heißt ich muss es nicht mehr wirklich lernen weil ich es einfach verstanden habe wenn ich mich aber nur an regeln halte und sie akzeptiere dann natürlich vergesse ich regeln ich komme nicht klar damit erkennen gar nicht was ich eigentlich machen muss und kumulative aufbau der mathematik das ist dann natürlich das gemeine ja und was kann man jetzt wenn man mich fragt in der schule noch lernen ja man kann lernen problemen vernünftig umzugehen und wir schauen dazu mal in den lehrplan das ist der lehrplan das gymnasium bayern beispielhaft und wenn wir jetzt hier auf die mathematik gehen dann schauen wir mal was da so schön das steht ja zentrale anliegen das fach mathematik ermittelt anwendungsbezogene fragestellungen also kompetenzen anwendungsbezogene fragestellungen die mithilfe mathematischer denk- und arbeitsweisen sachgerecht beantwortet werden können das bereitet auch diverse anforderungen vor leisteten persönlichkeits ein beitrag zur persönlichkeitsentwicklung da geht es darum um leistungs- und durchhaltevermögen es ist so wenn man sich irgendwie bewirbt mit dem zeugnis und man hat da irgendwie eine fünften hatte dann sagen die leute nicht da der kann halt nicht rechnen wir hatten fünf sondern die sagen wer hat kein durchhaltevermögen das ist wie eine matte note interpretiert wird ja weil die glauben schon dass du auf irgendeine art rechnen kannst es geht darum kannst du mit dem ganzen instrumentarium auch vernünftig umgehen und wir schauen mal was hier unten noch steht methoden anhand mathematischer inhalte lernen die schülerinnen und schüler typische arbeitsweisen der mathematik kennen zusammenhänge erkennen reflektieren begründen und beweisen problemstellung analysieren strukturieren und sachgerecht beschreiben was bedeutet das dieser zweite punkt ist im prinzip gegeben gesucht und lösen ist ja und hier steht auch lösungsmethode flexibel auswählen das bedeutet ich muss die richtigen fragen stellen darum werden uns darüber gleich unterhalten ich muss also dem problem entlocken was mir hilft und es geht um den ich nicht auskenne darüber reden wir gleich ja und ihr könnt natürlich dann diesen links selber öffnen in der video beschreibung und da noch ein bisschen überlesen ja wenn man so was halt weiß um was es eigentlich in mathe geht dann hat man natürlich chancen da mit einem anderen blickwinkel an die sachen heranzugehen ja und hier habe ich noch ein link der so ein bisschen beantworten soll das eigentlich ein beweis ist und wieso es der mathematiker so interessant ist die sachen zu beweisen da gibt es ein sehr schönes bildchen machen wir das mal und zwar einen blick er muss brauchen wir ein beweis das könnt ihr selber lesen mit dem link dieses bild finde ich eigentlich sehr schön weil das sehr gut beschreibt um was es da eigentlich geht ja eine mathematische theorie ist dieses schöne häuschen hier wenn man ein haus baut dann braucht man erstmal ein fundament ja wir fangen unten an das sind unsere sogenannten axiome die wir festlegen mit denen wir arbeiten wollen und dann leiten wir daraus irgendwelche schönen sätze ab das sind die theorene und so weiter dann haben wir hier nicht eine schöne theorie und das schon das mathematische häuschen was der mathematiker praktisch macht ist wir müssen diese ziegel aufeinander bauen und hier geht es mit hilfe des mörtels und der mörtel das sind die beweise die halten alles zusammen die erklären warum der stein dahin kommt wieso er hält und so weiter dieses bild finde ich beschreibt sehr schön wie mathematiker arbeiten nachdem man das vielleicht ein bisschen verstanden hat kann man jetzt fragen wie werde ich besser also auf was kann ich selber achten um besser zu werden ja natürlich ist da erstmal wichtig ob ich überhaupt besser werden will ja wenn mir das natürlich egal ist dann macht das ganze natürlich keinen sinn wenn ich aber bereit bin in mathe besser zu werden dann muss ich auf einige sachen achten und zwar ich muss mich auf die mathematik einlassen ja das heißt nicht einfach nur wie rechne ich das sondern vor allem wieso mache ich das und dazu muss man bereit sein ein paar kopfschmerzen zu ertragen man muss bereit sein hinzufallen und man muss natürlich irgendwie lernen sich mit mathematik zu unterhalten und ja es geht darum praktisch die richtigen fragen zu stellen also die fragen zu stellen die mir für das problem helfen und die denkbar schlechteste frage ist wofür brauche ich das ja das ist man könnte das natürlich beantworten mit du willst die prüfung schreiben mit reife abitur sonst was deswegen brauchst du das diese frage ist die denkbar schlechteste es ist viel besser zu fragen wie sieht eigentlich mein problem aus und dann was weiß ich denn über das problem was weiß ich darüber was hilft mir und umso besser ich mich auskenne umso eher habe ich die chancen das problem vernünftig zu knacken und ich muss aber natürlich immer mein ziel in auge behalten was ich eigentlich tun will das heißt wie lasse ich mich auch so was ein natürlich ist es sehr wichtig wenn man sich dafür interessiert weil dann kommt man wie das einlassen von alleine und es ist auch immer nicht schlecht fragen zu stellen wieso wird etwas so gemacht warum ist es sowieso wird das gemacht dann wenn man ein problem hat vielleicht erst mal rumprobieren bisschen spielen vielleicht erkennt man ein muster viel drüber nachdenken hilft und natürlich die definition genau verstehen macht es sinn das so etwas zu definieren nachdem ich schon mehrmals das die wortkombination richtige frage gefallen ist dann stelle ich den richtigen fragen das ist ja sehr oft so dass man irgendwie sagt ja ich komme nicht auf den ansatz ja das ist natürlich das problem ohne anders habe ich keine chancen das vernünftig hin zu bringen und wieso kommt man nicht auf den ansatz es liegt im prinzip daran weil man es im kern nicht richtig versteht das heißt es wenn man sich mit mathematik beschäftigt dann haben diese mathematischen begriffe also unsere vokabeln haben strenge mathematische bedeutung nennen das ist was wir die definition nennen und wenn man die definition genau versteht dann gibt die definition möglicherweise hinweise zum lösungsweg wir werden das gleich sehen und vielleicht auch noch in anderen videos ja auch bei den hausaufgaben könnt ihr mal darauf achten eine definition sagt im prinzip was du zu machen hast um dahin zu kommen und das muss man verstehen und auch was man auch verstehen muss ist dass ein mathematischer text nicht einfach nur gelesen wird und da kommen schöne wörter vor sondern sehr einfache begriffe haben mathematische bedeutungen es könnten ich habe hier mal so paar beispiele aufgelistet so was wie dicht vollständig abgeschlossen wirkung einfach zusammenhängend gebiet weg dimension zerlegung diese beispiele die haben alle strenge mathematische bedeutungen und wenn man so was in ausgaben liest da muss man wirklich verstehen was diese wörter eigentlich bedeuten und wenn man die bedeutung kann kennt dann liefert die definition hinweise und das muss man verstehen also mathematische texten haben so alltägliche wörter wie gebiet oder wirkung oder abgeschlossen haben präzise bedeutungen und die darf man eben nicht unterschlagen ja und ja wie lese ich jetzt und mathematische texte korrekt ich muss natürlich die aufgabe erstmal richtig gelesen und zwar nicht wort für wort sondern ich meine es wirklich so wie es da steht pixel für pixel also ich bisschen übertrieben dargestellt aber ich meine damit nicht einfach nur wort für liegt sondern wirklich was heißt irgendwie dicht was heißt weg was heißt dimension was weiß ich darüber so muss man das lesen und als erstes nachdem man die aufgabe gelesen hat sollst du dich fragen ob du die aufgabe verstehst also nicht ob du sie kannst nur ob du weißt um was es geht falls du wörter nicht kennst nachschlagen ist ja nicht verboten bei hausaufgaben in den prüfungen ist nachschlagen meist nicht möglich aber auch da falls du eine formelsammlung verwenden darfst die formelsammlung gibt auch kleine hinweise unter umständen wenn man sie richtig liest und danach verschaffen wir uns einen überblick was habe ich gegeben was will ich ist mir das auch wirklich klar was ich will dass es was gesucht ist und dann was weiß ich denn darüber über das ganze zeug und dann kann ich anfangen mir hilfe zu holen vielleicht gehe ich einfache beispiele durchleitet in der skizze vielleicht gibt formelsammlung aufschluss und so weiter und das ganze ist natürlich mal einfacher und mal schwerer man darf auch wohl oder muss auch mal kreativ sein irgendwie was mache ich wenn ich hänge wenn ich mal nicht weiterkomme das was sehr oft schon helfen kann ist indem man es einfach hinschreibt was man eigentlich tun will einfach hinschreiben und dann muss ich die augen ausmachen und wieder fragen was weiß ich darüber das ist hier noch alles ein bisschen fokus-pokus-pokus mäßig oder vielleicht sagte ja das tue ich doch immer die ganze zeit das ja man muss das natürlich mal an konkreten beispielen zeigen ich will ja mal mit euch ein kleines beispiel durchgehen und auch hier noch mal der hinweis generell ist es desto mehr ich mich auskenne desto besser ist es für mich das klingt auch nicht auch so bescheuert aber was ich damit meine ist wenn jetzt euer lehrer irgendwie sagt oder lehrerin ja in der schulaufgabe kommt dran sinussatz kosinussatz dreiecke pythagoras und schnittschnack dann reicht es nicht einfach nur den sinussatz auswendig zu lernen sondern es wäre natürlich auch hilfreich sich zu fragen wann hilft mir eigentlich der sinussatz gibt es vielleicht fälle wo ich nicht weiterkomme ja das sind die konkurrenz sätze für die 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 das was sagt also die konkurrenz sätze geben auch aufschluss darüber wann der sinussatz und so weiter und wenn man die sachen versteht dann erkenne ich sofort ob mir der sinuss hilft oder nicht ja der pythagoras ist auch sehr einfach aber der kann in verschiedensten varianten auftreten mal ist es einfacher ihn zu erkennen mal ist es schwieriger ihn zu erkennen und darum geht es es geht nicht darum im pythagoras auswendig zu können weil es sowieso jeder glaubt es geht darum bist du in der lage zu erkennen dass er dir in dem moment hilft das ist die eigentliche leistung und wir schauen uns mal ein beispiel ich mache das hier mal ganz einfach um so ein bisschen zu erklären was ich damit meine die frage ist ist 30 eine gerade zahlung wir tun jetzt mal so als hätten wir gar keine ahnung wir lesen das vielleicht noch mal fragen uns ist 30 eine gerade zahl wie sollen wir keine ahnung wir holen uns hilfe das problem ist doch wenn wir da keine ahnung haben dann liegt es doch bestimmt daran dass wir nicht wissen was eine gerade zahl und das wort gerade oder gerade zahl hat eine mathematische bedeutung und heißt sowas wie es muss ein vielfaches der zwei sein das heißt unsere definition gerade sagt uns wie wir das in den griff kriegen können ich muss also überprüfen ob die 30 geschrieben werden kann als vielfaches der zwei wenn mir das gelingt habe ich die antwort und was hilft mir also was haben wir jetzt davon nachdem wir jetzt hat gerade zahl verstanden haben liefert uns die definition von gerade den lösungshinweis ich muss also überprüfen ob 30 ein vielfaches 102 ist und wenn ich mich da ein bisschen auskenne wie ich das machen kann habe ich gewonnen ich kann zum beispiel wissen aha ich kann es überprüfen mit der primfaktor zerlegung oder ich kann jetzt hier durch zwei teilen und so weiter und so fort auf jeden fall liefert die definition gerade den wichtigen hinweis was ich zu machen habe dann kann ich damit vielleicht arbeiten und die frage beantworten ein anderes beispiel ist wir sollen zum beispiel beweisen ob gerade quadrat zahlen gerade sind wir haben hier wieder keine ahnung und wir müssen uns jetzt überlegen was wir eigentlich haben wir haben gerade quadrat zahlen es geht erst mal darum wir haben erstmal einige wir haben erstmal eine quadrat zahl ok und das wissen wir über diese quadrat zahl die sollen gerade sein wir wissen aber was gerade heißt gerade heißt es hat die form 2 k sehr gut das ist schon mal was wir haben wo will ich hin ich will dass das ding wieder gerade wird das heißt es wäre schön wenn wir irgendwie wieder auf die form vielfaches der 2 hinkommen das ist wo ich hin will und was habe ich jetzt davon ich habe damit meinen start und ich habe mein ziel im auge und jetzt kann ich schauen ob mir das gelingt was ich hier machen will ja und zwar ich komme hier weiter wenn ich mich auskennen erst dann kann ich den weg gehen ist ja schön dass ich meinen start hier kenne ist auch schön dass ich mein ziel hier kenne wenn ich mich aber nicht auskenne kann ich den weg auch nicht gehen aber zum glück kennen wir uns aus und wie läuft es ab wir starten quadrat zahl wir wissen es soll nicht gerade quadrat zahl ein quadrat heißt mal sich selbst mit mal kann ich umgehen ich kann hier vertauschen und so weiter wir tauschen hier die 2 und das k bekommen 2 x 2 k quadrat und wir sehen aha das hat die form zweimal irgendwas das ist aber genau die definition von gerade und damit haben wir den satz bewiesen gerade quadrat sind gerade fertig sehr schön oder also noch mal ist es sehr wichtig dass man sich klar macht was man eigentlich hat und sich klar macht wo ich hin will und diese sachen haben mathematische bedeutungen das ist mein start gerade quadrat zahl das ist mein ziel einfach erst der 2 da will ich hin und dann kann ich überlegen was weiß ich darüber was weiß ich über quadrat aha mal sich selbst und so weiter und so kenne es fazit ja also noch mal es reicht nicht nur die formeln so zu kennen die tage aus kosen und satz und sowas sondern man muss dann noch ein paar mehr sachen achten und es reicht auch nicht zu sagen es haben wir immer so gemacht wieso wird jetzt anders gemacht das hat natürlich mit den sogenannten voraussetzungen zu tun ja wie gesagt mit dem sinussatz der gilt unter bestimmten voraussetzungen kann man nicht einfach nach dem lieben anwenden sondern man muss sich wirklich klar machen dass der hier auch hilft genauso auch der pittagoras hat eine gewisse voraussetzungen kann ich dann drin im dreieck und tag was ansetzen da bedarf es schon einer gewissen voraussetzung und die die muss man verstehen und sich fragen sind die in meinem problem auch wirklich erfüllt ja und ich habe hier ein abschließendes beispiel dass ich vorstellen will das vielleicht ein eigenständiges video wird und zwar das ist die sogenannte kreis quadratur das die sagt es ist nicht möglich einen beliebigen kreis in einem flächengleiches quadrat zu konstruieren sehr schön ersatz wir sehen hier mathematische wörter wie kreis flächengleichen quadrat ist mathematische wörter ja und das muss es natürlich hier wieso ist es nicht möglich ja das ist die zweite frage die erste frage ist da muss ich eigentlich dafür tun das zu machen das bedeutet damit ich eine unmöglichkeit präzise beweise oder widerlege in dem fall ja die unmöglichkeit beweisen muss sich präzise beschreiben was ich eigentlich tun will weil sonst kann ich das nicht präzise beweisen dass das nicht geht okay und speziell zur kreis quadratur warum das nicht möglich ist es gibt in der tat hobby mathematiker die sich da jedes mal drüber aufregen warum geht das nicht das kann doch nicht sein dass es nicht geht nur weil da irgendjemand mal gesagt hat er kann das beweisen dass es nicht geht glaube ich das nicht und so weiter dann graben die irgendwelche schöne beweise aus die auf ihrer art auch funktionieren unter umständen aber sie beachten eine voraussetzung nicht und das ist dieses konstruieren ja dieses wort ist hier ganz besonders und ja dieses problem der kreis quadratur das wisst ihr vielleicht es ist über jahrhunderte unbekannt gewesen und wieso machen das mathematiker ja es geht natürlich darum um die erkenntnis ja man will verstehen warum ist das nicht möglich woran scheitert es und wieso dauert es so lange ja das liegt daran weil das problem schwer ist aber was heißt schwer das ist wieder ans geschichte was schwer heißt und auch man kann sich natürlich fragen ja versteht wirklich jeder mathematiker diesen beweis zu 100 prozent wenn es so lange dauert auch da kann man sich sicher sein ja das sind nicht so einfache beweise und ja was ist jetzt der wahrscheinliche grund dafür dass das so schwer ist liegt es an eigenschaft vom kreis liegt es an der definition von konstruieren oder vielleicht doch etwas anderes ja und das sind die gründe wieso es schwer ist es liegt tatsächlich kann das ist an der definition von konstruieren liegt das ist hier ein sehr wichtiges wort und in der tat ist eine eigenschaft vom kreis dafür verantwortlich dass das nicht funktioniert und so ein beweis zu finden das hat wie gesagt dermaßen lang gedauert weil man nämlich dieses geometrische problem irgendwann übersetzt hat in ein algebraisches problem dann hat man da starke methoden um dann dieses problem in den griff zu bekommen und das wird vielleicht ein anderes video nur ein grober hintergrund er hat diese definition konstruieren die wird dazu führen dass nur bestimmte zahlen konstruiert werden können und diese bestimmten zahlen nennt man konstruierbare zahlen und dann stellt man fest dass diese konstruierbaren zahlen lösungen von bestimmten gleichungen sind auch hier bestimmt heißt null stelle von polynomen mit gewissen eigenschaften das nennt man ein algebraische zahlen und dann stellt man irgendwann fest dass die nicht zu diesen algebraischen zahlen gehört sondern zu den sogenannten transzendenten zahlen und deswegen ist die kreisquadratur nicht möglich klingt alles irgendwie super easy aber dieser zusammenhang zu diesem polynomen das war der springende knackpunkt und der transzendenz beweis von pie er ist wirklich ein großes 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 kunstwerk ja und wieso ich der meinung bin dass niemand den beweis zu 100 prozent versteht die daran nachvollziehen ja ihr kannst ihn ja mal lesen und dann denkt man sich ja cool schön verstehe ich alles und so weiter klar das mag schon durchaus sein aber was bei solchen mathematischen artikeln immer extrem schwer ist das ist die idee die diese person gehabt hat in dem beweis wird irgendwoher eine schöne funktion her gezaubert die dann hilft die wird eben aus dem hut gezaubert und wenn man dieses kaninchen aus dem hut versteht wird man beweisen dazu müsste man eigentlich wissen was sich der auto dabei gedacht hat niemand auf die idee kommt das problem so anzugehen das ist wirklich große 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 kunst ja und wie gesagt natürlich kann man den kreis und flächen gleiches quadrat kneten grob messen anlegen fertig beliebige genauigkeit und so weiter aber wieso ist nicht funktioniert es eben es gibt nicht unter bestimmten bedingungen und es ist dieses konstruieren das hat strenge regeln und deswegen funktioniert das nicht das wird vielleicht ein anderes video ja ich hoffe dass euch das video gefallen hat und ich hoffe auch dass du so bisschen ein einblick gewinnen konntest um was es da eigentlich genau geht und auf was man da vielleicht achten kann klar das video ist ja eine grobe richtlinie ich habe bestimmt auch sachen nicht beachtet man kann ja auch nicht wie gesagt in kompletter bandbreite argumentieren das soll so ein kleiner leitfaden sein und ihr könnt ja mal bei den hausaufgaben darauf achten und viel erfolg damit auf jeden fall ja bis zum nächsten mal